Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Life is Strange Episode 5. Hier geht alles drunter und drüber. Ich will das nicht. Es ist... Diese Realität stört mich. Ich... Ja, 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 definitiv. Ähm, hallo? Äh, da... Es ist alles so kaputt. Kerzen überall und Kate ist... Ist das nicht Victorias Room? Nein, das ist... Kate stellt für sich selbst Kerzen auf. Oh, hey Kate. Max, warum hast du mich verletzt? Was kind of Freund bist du? Du hast nie verstanden, oder was passiert mit mir. Jetzt meine Familie wird niemals alleine. Und das bedeutet, dass ich immer alleine sein werde. Dankeschön zu dir. Kate, das ist nicht wahr. Ich habe immer dein Freund. Was? Wir müssen... Irgendwas muss doch hier... So, irgendeine Tür. Ich gucke nochmal auf den... Wo wuss... Was zur Hölle? Taylor, Julia, Dana, Stella, Kate, Victoria, Brooke. Die Vergangenheit ruft uns. Wir gehen aufs Klo. Oder auch nicht. Drinroll, bitte. Ich presentiere den Spare-Piece-Bloch. Ich denke, Sie sind korrekt. Ähm. xin you keep fucking effort to find my cap please my heart is broken always take the shot go fuck yourself you go fuck yourself he take a selfie ho yes you're running out of choices let's all go to the lighthouse max why do you want to kill everybody what did everybody ever do to you max this is your old pa chloe you left in a wheelchair in another reality do you think you did I thank you before you bailed to a new life not only blow off my request you already jumped into another photo how many fucking times you abandoned me happy max I loved your photo shot with Jefferson he absolutely captured you don't Rachel Samuel the scrolls talk to me but how can you samuel has no phone give me back my keys bitch was soll weiß nicht was jetzt ich ich geh mal zu uns nach hause zum raum irgendwas ist hier das ist unser raum noch da nein ich habe keine ahnung wo jetzt hin müssen 2 18 wo es raum 218 222 221 220 219 218 dana hat sich jetzt irgendwas verändert nein das einzige was sich geändert hat rachel rachel Einmal schlösser gefunden. Bevor Rachel ging, sie sagte, sie hat jemanden geändert, die ihr Leben verändert. Dann... Einmal schlösser gefunden. Warum bist du sehr schlösser? Der Hintergrund spielt hier alles ab. Hast du gesehen, dass Rachel und ich Freunde haben? Du bist nicht so gut. Sie hat... Ich weiß nicht, wo... Ich überleg' gerade, warte, wir haben... Ich versuch' gerade, irgendeine Idee zu finden, wie... Was es könnte... Vielleicht hat doch das Klo... Ich hab'... Warte, wir waren bei Dana... Bitte kurz aufhören... Liery... Rachel Amber? Hey, Max! Warte... Ich kann's nicht so gut, wenn ich kann! Ich kann's nicht so gut, wenn ich kann! Jeder wird nicht so gut, bis sie sich nicht so gut. Um... Frau... Taylor... Juliet... Max! Meine Idee wäre jetzt voll, na... ich dachte jetzt okay ich gucke noch mal irgendwas sich verändern wir haben victoria wir haben brücke im kate wir haben den ersteller trainer ich gehe noch bei unseren raum ich habe keine stunde oder wartet moment victoria hat ich dachte jetzt vielleicht victoria hat wir haben jetzt wir haben jetzt victoria wir haben die victoria gekriegt indem wir in den raum von rachel sind ich gehe jetzt noch mal zu victoria in den raum das ist kate da waren wir schon da hat es nichts gebracht ist einfach alles irgendwie durchtesten okay wir sind die normale max hat sich hin vielleicht müssen wir die leute in ihr raum für ich habe keine ahnung jetzt sind die ganze zeit fotos überall das ist der look at me i'm accept max selfie ich hab's gelöst ich hab's gelöst ich hab's gelöst Um, 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 um Sogar die Schrift! Es ist einfach alles... Es ist... Äh, okay. Okay. Was zur Hölle haben wir getan? Ach so, das wird ja zurückgespult, alles. Das Reh? Hier rein, ne? Oh, okay. Rettme! Was zur Hölle ist, Max? Geh über hier! Ich werde dich abholen! Der Person ist nach mir, Ganks. Du bist so pure, so innocent. Jetzt, du musst du sterben! Bitte verstehe, Max. Es ist das einzige Ort, in dem ich meine Selfie sein kann... ... ist in der Schmerz. Was hat mit deinem Schmerz passiert, Max? Ich dachte, ich könnte dein Professor sein. Vielleicht werde ich sicher in der Lichthaus sein. Vielleicht werde ich aufwachen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was? Ähm... Vielleicht jetzt hier warten, dass der wieder zurück... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch... Was ist denn das? Kommt der hier lang? Nein, der kommt da lang, oder? Dann dreht er sich einfach nur... Nee, er ist da lang. Auf zum Selfie. Also, was heißt Selfie? Zum... Good evening, Blackwell. This is Principal Welms. This coffee. Ah! This is Principal Welms, Max. Hallo, Max. Good evening, Blackwell. This is Principal Welms. And I am here to drop the mic on Max Caulfield. Das erreicht der Schatten ja bis hier hinten. Was zur Hölle ist das hier? Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play. Come out to play. Hey, babe, babe. This price can't just show up at Blackwell in a wheelchair and think we're going to accommodate her every whip. Hey, babe, babe. Come over here, young Max. You're my spirit animal. You're my spirit animal. Uh... Uh... Max! Max! Nein! Max? M-Mais? Hold on, Max. Miss Coffee. Wait, Max. If only Kate Marsh would have jumped off that roof. Could blame Ms. Caulfield and finally get her kicked out of Blackwell. Hey! Rumped off that roof. Could blame Ms. Caulfield. Could blame Ms. Caulfield and get her kicked out of Blackwell. She's a bad influence. Get out good, Anna. You can't escape my surveillance, Miss. You're just jealous because me and Victoria actually do the work while you do nothing and wine. Come, tritt um. Lauf. You thought I was a harassing game, but I was just like you, Max. Was the hell did you do for it? Ich, ich. Was ist das für ein kranker Scheiß? Was ist das für ein kranker Scheiß? Ich werde dich öffnen, Freak. So hell, ich bin grad irgendwie bissl... Ich mein, ich hab mir lange schon wieder mal... Max. Rachel hatte mir keine Schöne. Sie hat eine große Hände. Es ist besonders, als ich ihr Körper aufgetreten mit ihr einen kleinen Kumpel. Hehehe. Warum schaust du mich so so? Bottle. Kann ich damit... Take. Oh, nein. Bottle. Das könnte hell sein. Max! Max! Ich möchte, dass ich mit dir mit dir bin. Du darfst nicht weg. Max! Was ist das denn, was du jetzt tun musst, wie Rachel? Ich muss ins Leithaus. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast da. Dein Ernst? Okay. Ich... Was? Was? Ernst schafft jetzt was? Was? Made in Taiwan? Um... Schöne kurz zu fragen, der Chef. Genau, so wie du hier bist. Ich bin, wenn deine Mutter weg ist. Ich lasse sie wissen. Müssen wir uns das jetzt ernsthaft von der Schneekugel aus angucken? Ich... Hallo? Hey honey. Ich kann nichts machen. Ein fantastisches Wesen mit Chloe und Max machen. Wir werden alle arbeiten. Das ist ein Dollar für den Swear Jar. In Ihren Köln-Fotos. Bitte, bitte. Das Foto, was wir verbrannt haben. Stimmt, damit haben wir ja auch den Zeitlauf geändert. Du hast einen Dollar für den Swear Jar. Du hast mich verbrannt. Aha! Du kannst mich nicht immer von mir schlafen. Jetzt schau dich nach Ende. Schau schön. Versuch nicht zu viel von dem Haus. Und keine Chloe- und-Max-Wein-Tasting-Session. Dad! Was ist hier los? Wir haben wirklich alles kaputt gemacht. Kann das sein? Wie lange wird dieses Schlafen weitergehen? Ähm... So langsam habe ich auch genug, wenn ich das sagen darf. Ich denke, du wärst perfekt für meine neue Fotoserie auf Retro Grunge. Du hast die gleichen Qualitäten, die ich in Rachel Amber liefde. Aber nicht Max. Max ist ein fucking Kind. Oh, Christ. Ich weiß. Und sie never shuts up. Does sie? Ich bin so über die Hipster-Bullshit. Ich denke, jeder in Blackwell ist über Max. Lass uns das tun. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. Ich denke, sie ist nicht so innocent wie sie acts. Nicht so, wenn sie sich mit uns verbundenen 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 ist. Ich möchte nur mit dir mit dir, Chloe. Komm her. Was? Gott, du bist eine sexische B***h. Warum mit Max beherrn? Bordem. Plus, sie ist wie meine persönliche Puppe. Ich verstehe. Du willst ein Party? Ich habe eine Drogenkarte in meinem Zimmer. Oh. Oh, shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See? This is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tots, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Where's Katie up? Why did you do Rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Um. Um. I'll be so grateful if this is the last Digi Code. Was? Wo sind wir? Ich hab keinen Plan mehr, was los ist. Ähm. Puh. Ich hab keine Ahnung. Ich sehe hier aber auch nichts abgenutztes. Ich mach jetzt einfach mal ganz simpel. Eins, zwei, drei, vier. Keine Ahnung. Ich dachte jetzt gerade eins ist vielleicht eingekringelt, aber... Moment. Vielleicht ist es auf dem Keypad, was? Nope. Kann ich irgendwo hier irgendwas sehen oder tun oder machen oder auf dem Klo? Nee. Okay. Gott. Gott im Himmel. Keine Ahnung. Vielleicht. Zwei, 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 zwei. Zwei. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo ich da so... Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es wieder so ein... Ich hab... Und... Und diese Stille auch. Das riecht mich gerade ein bisschen auf. Warte mal. Aha. 0, 3, 1, 1. Im Spiegel ist die Lösung. 0, 3, 1, 1. Naja. Ja. Warte mal, Max. Ich hab jemanden mit dem Zwang. Ich glaub ich nicht wieder, Max. Da war ich noch nie wieder. In California. Shit, Max. Ich dachte, wir waren der gleiche Team. Jetzt werde ich alleine sterben. Max, ich hoffe, du machst das richtig. Ich hoffe. Warte, es gibt getrennte Meinungen hier. Alyssa sagt, wir sollen helfen. Der David sagt, wir sollen auch unbedingt. Warte, 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 warte. Das Eichhörnchen Samuel? Warte. Ja. Ich wollte nur die richtigen Dinge machen. Nein, du wolltest nur populär sein. Und als du diese großartige Macht hast, deine große Planung war, zu trinken die Leute zu denken, dass du ein Ratsass bist. Nein, du wolltest nur populär sein. Und als du diese großartige Macht hast, dass ich mich sehr interessiert habe. Das ist warum ich versucht, zu machen Freunde zu machen. Bei ihnen zu erzählen, was sie zu hören wollen? Du warst nur für eine shortcut, weil du keine Freunde zu machen kannst. Das ist nicht wahr. Ich habe großartige Freunde, und ich benutze meine Macht für gut. Bitte, stop zu spielen, du bist ein verdammt hypocrite. Du hast eine Straße von sterben und sterben hinter dir. Das war nicht meine Schuld, du bist ein verdammt. Du bist nicht so schlimm, zu sagen, unsere Mutter zu sagen. Was ist das für die Sache, das war deine Schuld? Warte, warte. Du hast Zeit und Zeit für dein Precious-Punk-Chloe- Du denkst, sie ist alles wert? Wir alle sind. Das ist nicht über Chlo, oder sogar mich nicht mehr. Du bist so selfless, jetzt. Mahatma-Max. Es ist nicht schlecht, du bist dein Kraftwerk auf Highschool-Drama. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, Do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy- Oh hell, speak of the devil. i'mfreetto. The devil. Okay,